Hallo, heute lernen wir, wie man auf häufig gestellte Fragen auf Deutsch antwortet. Fangen wir an. Wie heißt du? Ich heiße Ich heiße Ich heiße Maria Ich heiße Maria Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin Jahre alt Ich bin Jahre alt Ich bin 25 Jahre alt Ich bin 25 Jahre alt Woher kommst du? Woher kommst du? Ich komme aus Ich komme aus Ich komme aus Deutschland Ich komme aus Deutschland Sprichst du Englisch? Sprichst du Englisch? Nein, ich spreche kein Englisch Nein, ich spreche kein Englisch Ja, ich spreche Englisch Ja, ich spreche Englisch Ja, ich spreche Englisch Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist Meine Lieblingsfarbe ist Meine Lieblingsfarbe ist blau Meine Lieblingsfarbe ist blau Meine Lieblingsfarbe ist blau Meine Lieblingsfarbe ist blau Ich bin Lehrerin. Bist du verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Nein, ich bin nicht verheiratet. Hast du Kinder? Ja, ich habe. Nein, ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. Wie ist deine Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist ... Meine Telefonnummer ist ... Meine Telefonnummer ist ... Meine Telefonnummer ist ... Meine Telefonnummer 23456789 Maria-at-Beispiel.com Meine E-Mail-Adresse ist ... Maria-at-Beispiel.com Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in ... Ich wohne in ... Berlin. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Ich bin ... Ich bin ... Ich bin ... Ich bin Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester. Magst du deinen Job? Magst du deinen Job? Nein, ich mag ihn nicht. Nein, ich mag ihn nicht. Ja, ich mag ihn. Ja, ich mag ihn. Was ist dein Hobby? Was ist dein Hobby? Mein Hobby ist ... 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 Nein, ich habe keine. Ja, ich habe einen Hund. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Kannst du Auto fahren? Nein, ich kann nicht Auto fahren. Ja, ich kann Auto fahren. Magst du Sport? Nein, ich mag keinen Sport. Ja, ich mag Sport. Was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Fußball. Mein Lieblingssport ist Fußball. Wann stehst du normalerweise auf? Wann stehst du normalerweise auf? Normalerweise stehe ich um auf? Normalerweise stehe ich um auf. Wann gehst du ins Bett? Wann gehst du ins Bett? Ich gehe um ins Bett. Ich gehe um ins Bett. Ich gehe um 10 Uhr abends ins Bett. Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Titanic. Mein Lieblingsfilm ist Titanic. Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsfilm ist Harry Potter. Welche Musik magst du? Welche Musik magst du? Ich mag Musik. Ich mag Popmusik. Spielst du ein Instrument? Spielst du ein Instrument? Nein, ich spiele kein Instrument. Nein, ich spiele kein Instrument. Ja, ich spiele Gitarre. Magst du reisen? Magst du reisen? Magst du reisen? Nein, ich mag keine Reisen. Ja, ich mag reisen. Ja, ich mag reisen. Ja, ich mag reisen. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Was ist dein Lieblingsfeiertag? Was ist dein Lieblingsjahreszeit? Mein Lieblingsjahreszeit ist Weihnachten. Mein Lieblingsfeiertag ist Weihnachten. Hast du Geschwister? Hast du Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. Nein, ich habe keine Geschwister. Ja, ich habe einen Bruder. Ja, ich habe einen Bruder. Was ist dein Lieblingstier? Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist die Katze. Magst du lesen? Magst du lesen? Nein, ich mag kein lesen. Nein, ich mag kein lesen. Ja, ich mag lesen. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Es ist Uhr. Es ist Uhr. Es ist drei Uhr. Es ist drei Uhr. Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Nein, ich habe kein Auto. Nein, ich habe kein Auto. Ja, ich habe ein Auto. Ja, ich habe ein Auto. Was ist dein Lieblingsgetränk? Was ist dein Lieblingsgetränk? Mein Lieblingsgetränk ist... Mein Lieblingsgetränk ist... Mein Lieblingsgetränk ist Kaffee. Mein Lieblingsgetränk ist Kaffee. Kannst du schwimmen? Kannst du schwimmen? Nein, ich kann nicht schwimmen. Nein, ich kann nicht schwimmen. Ja, ich kann schwimmen. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche. Ich spreche. Ich spreche Englisch und Deutsch. Magst du tanzen? Magst du tanzen? Nein, ich mag kein Tanzen. Nein, ich mag kein Tanzen. Ja, ich mag tanzen. Was ist deine Lieblingsfernsehsendung? Was ist deine Lieblingsfernsehsendung? Meine Lieblingsfernsehsendung ist... Meine Lieblingsfernsehsendung ist... Meine Lieblingsfernsehsendung ist Frenz. Magst du kochen? Magst du kochen? Nein, ich mag kein kochen. Nein, ich mag kein kochen. Ja, ich mag kochen. Ja, ich mag kochen. Was ist dein Lieblingsrestaurant? Was ist dein Lieblingsrestaurant? Mein Lieblingsrestaurant ist... Mein Lieblingsrestaurant ist... Pizza Hut. Wann ist das Frühstück? Wann ist das Frühstück? Das Frühstück ist um... Das Frühstück ist um 8 Uhr morgens. Magst du Tee oder Kaffee? Magst du Tee oder Kaffee? Ich mag... Ich mag... Ich mag Kaffee. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Mein Lieblingsobst ist... Mein Lieblingsobst ist der Apfel. Mein Lieblingsobst ist der Apfel. Was ist dein Lieblingsgemüse? Was ist dein Lieblingsgemüse? Mein Lieblingsgemüse ist... Mein Lieblingsgemüse ist... Mein Lieblingsgemüse ist die Karotte. Mein Lieblingsgemüse ist die Karotte. Hast du einen besten Freund, eine beste Freundin? Hast du einen besten Freund, eine beste Freundin? Nein, ich habe keinen. Nein, ich habe keinen. Ja, ich habe einen. Ja, ich habe einen. Wie heißt dein bester Freund? Mein bester Freund heißt... 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 Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Magst du deine Schule? Magst du deine Schule? Nein, ich mag sie nicht. Ja, ich mag sie. Ja, ich mag sie. Was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied ist Mein Lieblingslied ist Imagine. Magst du Eis? Nein, ich mag kein Eis. Nein, ich mag kein Eis. Ja, ich mag Eis. Ja, ich mag Eis. Was ist deine Lieblingseissorte? Was ist deine Lieblingseissorte? Meine Lieblingseissorte ist Meine Lieblingseissorte ist Schokolade. Meine Lieblingseissorte ist Schokolade. Hast du einen Job? Hast du einen Job? Nein, ich habe keinen Job. Nein, ich habe keinen Job. Ja, ich habe einen Job. Ja, ich habe einen Job. Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? Ich arbeite in Ich arbeite in Ich arbeite in einem Krankenhaus. Ich arbeite in einem Krankenhaus. Was ist dein Lieblingstag der Woche? Mein Lieblingstag der Woche ist Mein Lieblingstag der Woche ist Mein Lieblingstag der Woche ist der Samstag. Was machst du an Wochenenden? Ich an Wochenenden. Ich entspanne mich an Wochenenden. Was ist deine Lieblingszeit des Tages? Meine Lieblingszeit des Tages ist ... Meine Lieblingszeit des Tages ist ... Meine Lieblingszeit des Tages ist ... Was machst du in deiner Freizeit? Was machst du in deiner Freizeit? Ich in meiner Freizeit ... Ich lese Bücher in meiner Freizeit. Was ist dein Lieblingsfernsehsender? Mein Lieblingsfernsehsender ist ... Mein Lieblingsfernsehsender ist ... Mein Lieblingsfernsehsender ist ... BBC ... Wo gehst du gerne einkaufen? Wo gehst du gerne einkaufen? Wo gehst du gerne einkaufen? Ich gehe gerne in ... einkaufen. Ich gehe gerne im Einkaufszentrum einkaufen. Magst du gerne einkaufen? Magst du den Strand? Magst du den Strand? Magst du den Strand? Magst du im Meer schwimmen? Magst du im Meer schwimmen? Nein, ich mag es nicht. Ja, ich mag es. Magst du Sonnenbaden? Magst du Sonnenbaden? Nein, ich mag kein Sonnenbaden. Ja, ich mag Sonnenbaden. Ja, ich mag Sonnenbaden. Was ist deine Lieblingsstadt? Was ist deine Lieblingsstadt? Meine Lieblingsstadt ist ... Meine Lieblingsstadt ist Paris. Magst du Museen? Nein, ich mag keine Museen. Ja, ich mag Museen. Was ist dein Lieblingsmuseum? Was ist dein Lieblingsmuseum? Mein Lieblingsmuseum ist der Louvre. Magst du Geschichte? Magst du Geschichte? Nein, ich mag keine Geschichte. Ja, ich mag Geschichte. Wer ist deine historische Lieblingsfigur? Wer ist deine historische Lieblingsfigur? Meine historische Lieblingsfigur ist Abraham Lincoln. Meine historische Lieblingsfigur ist Abraham Lincoln. Ich mag die Lieblingsfigur. Ich mag die Lieblingsfigur. Ich mag die Lieblingsfigur. Ich mag die Lieblingsfigur. Untertitelung des ZDF, 2020